Hi Leute, mein Name ist Akeban, ich bin 22 Jahre alt, noch Azubi, YouTuber, Furry, Fursuit-Bauer und ein Mensch. Freut mich echt riesig, dass ihr hierher gefunden habt und ich wollte euch mal so ein bisschen was über meine Formate erzählen. Format 1 habe ich Akebla genannt. Auf diesem Format rede ich ganz ganz viel über verschiedene Themen, die mich momentan bewegen, seien es jetzt Furry-Geschichten, Fursuits, Erfahrungen, die ich schon mal machen musste oder irgendwelche witzigen Ideen, die mir in letzter Zeit gekommen sind. Und ich versuche immer wieder auf verschiedene Arten euch zu unterhalten, euch neue verschiedene Dinge zu präsentieren und immer für euch up-to-date zu bleiben. Und immer, gerade wenn etwas Aktuelles mal kommt oder wenn etwas Relevantes mal da sein sollte, dass ich darauf dann immer Bezug nehme. Akebla ist ein Format, was ihr quasi selbst mitbestimmen könnt. Ich werde da immer immer wieder gerne auf das eingehen, was ihr euch wünscht. Demnach bin ich auch wirklich immer sehr froh, wenn ihr mir sagt, was ihr denn sehen möchtet. Und dann werde ich das auf jeden Fall in den nächsten Folgen berücksichtigen und werde auf jeden Fall schauen, dass ich euren Ansprüchen, euren Wünschen gerecht werde. Was ich außerdem betreibe, sind meine Fursuit-Bausachen. Das einzige, was ich bislang großartig hochgeladen habe, ist der Bau eines Fursuit-Tails. Was allerdings noch kommen wird, ist der Bau der Vorderpfoten und der Bau der Hinterpfoten. Das möchte ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Das ist bei mir jetzt auch mehrfach angefragt worden und auch wenn es zum Beispiel um den Bau der Fursuit-Augen geht. Und da könnt ihr auf jeden Fall noch gespannt sein, da wird definitiv noch etwas kommen. Worauf ich auch so ein bisschen Wert lege, ist mein Format Akeblays. Ich werde immer mal wieder so ein bisschen Let's Plays vorstellen. Ich habe am Anfang natürlich mit Gothic 2 angefangen, das tut mir auch sehr, sehr leid, dass ich das nicht beendet habe. Aber ich werde jetzt zukünftig auf kleinere, witzige Spiele eingehen, werde immer nur ein Let's Play zu machen, wo ich ein Spiel halt mal vorstelle. Und das werde ich nicht ganz so oft machen wie den Rest. Ich hoffe allerdings trotzdem, dass ich dadurch ein bisschen euer Interesse wecken kann und es euch auf jeden Fall Spaß machen wird, zuzuschauen. Zuletzt habe ich noch die ganz kleine Sparte sonstiges Gedöns, so habe ich es zumindest jetzt mal genannt. Da kommt alles rein, was sich keiner Kategorie wirklich zuordnen lässt. Da habe ich dann meine Roomtour drin, den Abschied von der alten Wohnung, meine Specials. Auch das habe ich in so einer kleinen Playlist für euch zusammengefasst, damit ihr da so ein bisschen rumtouren könnt in meinen Videos und auf jeden Fall viel Spaß beim Schauen habt. So, ich hoffe diese kleine Vorstellung hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, lasst mir ein Abo da, schreibt mir Kommentare, schreibt mir gerne auch privat, was ihr sehen möchtet und dann werde ich das auf jeden Fall berücksichtigen. Ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass ihr meine Videos schaut und habe auf jeden Fall immer viel Spaß mit euch. So, macht's gut Leute, wir sehen uns in den nächsten Videos und haut rein!